So, ja, ein herzliches Willkommen zurück bei ARK mit einer kleinen Special-Folge zwischendurch. Ich dachte so, wir honorieren mal ein wenig unsere treuesten Fans und verpassen denen ein paar Dino-Namen. Und ja, entsprechend habe ich mir mal die Mühe gemacht, so ein paar Leute rauszusuchen. Hallo Kartoy übrigens an dieser Stelle. Mein, mein. Und hallo Schultec. Jo, servus. Sehr schön, ja, also beziehungsweise wir sind auf die Idee gekommen, so ein paar Dilos hier, die Namen von ein paar YouTubern zu geben. Und wir haben jetzt hier drei, sechs, neun Stück. Wenn ihr auch einen eigenen Dino haben wollt, also wenn ihr das Video seht und sagt, ey, geil, ich möchte auch einen eigenen Namensvetter bekommen, also ein kleines Tier, der euren Namen trägt, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Dann kriegt ihr auch einen eigenen Namen. Und wir gehen mit der kleinen YouTuber-Dilo-Horde gleich mal los. Ich stelle euch die jetzt alle mal im Detail nochmal vor. So, wir haben hier vorne Cicero Shows, dann haben wir Black Winged, hier Schahuman haben wir auch noch. Und dann natürlich SWZ-LP, nicht zu vergessen, die Smiley. Dann Really Fail, der ist auch mit dabei. Hier hinten ist der Dragstar zu sehen im Bild. Dann MC Legu oder Legu. So, wen haben wir noch hier? Wödern, Wödern wühlt hier ein bisschen rum. Der kann irgendwie nicht stillhalten. Ich weiß auch noch nicht, woran das liegt. SPZ hatten wir schon. Und von Ori, wo ist denn eigentlich EMBLP? Den habe ich doch auch noch irgendwo gehabt. Boah. Wo ist EMBLP? Wahrscheinlich läuft er noch irgendwo auf dem Hof rum. Sorry, Erik, du hattest auch einen Dailo. Irgendwo ist dein Namensvetter hier auch noch unterwegs. Den zeichnen wir zum Ende des Videos. Und mit dieser kleinen Horde werden wir jetzt erst mal angreifen. So, hier ist ein Trike. Attacke. Ja. So, SPZ. Meldia's Epox. Oh, Epox 24 fehlt auch noch. Stimmt. Die rennen auf dem Hof rum, ja. Von Ori hat ein Trike gekillt. Sehr schön. Die laufen auf dem Hof rum. Ach, Mist. Epox, ja, sorry. Die habe ich ja auch noch gerade vergessen. Fährt mir gerade noch ein. Oh, das ist mal rohes Fleisch essen. Ich habe ja nichts mehr hier. So. Mal gucken. Charlie zockt, brauchen wir eigentlich auch noch einen Dailo. Mensch, Charlie habe ich vergessen. Ja, ich konnte Charlie vergessen. So, noch einen Trike hier. Los, meine kleinen YouTuber, greift an. Au. Mal gucken, wer ihn jetzt tötet. Na. Oh, Cicero Schoß. Auch noch mal eingekillt. Sehr schön. Ich hätte vielleicht mal mitschreiben sollen. Naja, ich mache nachher einen Counter mit rein. In dem Video, wenn ich es nach bearbeitet habe. Sieht ihr den Counter drunter laufen. Wer viel, wie viele Kills hat hier. Noch einen Trike. So, komm. Los, meine kleinen YouTuber, greift an. Da hinten sitzt da, hängt doch noch einer fest. Dragster hängt da hinten fest. Super. Äh, hallo, ihr sollt angreifen, die Jungs. Jungs. Typisch YouTuber. So, greift an. Oh, noch einen Trike. Ups. Wödern. Noch einen Punkt für Wödern. Na, einen Punkt für. Der erste Punkt für Wödern. So, mal gucken. Oh, da springen ein paar Dylos weg. Mal gucken. Na, wer tötet den Trike Level 45? Level 45 Trike ist auch schon schön, dass ich das gemacht habe. SPZ-LP. Smiley hat einen, den Trike Level 45 getötet. Muss ich hinten mal Dragster befreien hier. Gibt es ja nicht. Dragster. Warum hängst du hier fest? Ach, du wolltest den Trike noch fressen. Ja, das ist okay. So. Oh, hier läuft ein wilder Deino rum. Töten. Wo ist denn die kleine Horde? Da ist die kleine Horde. Sehr schön. So. Attacke. Ich habe ihn gefunden, EMB, LP. Und das Zweikampfsofa ist auch noch hier drin. Ach, das Zweikampfsofa. Ja, Zweikampfsofa. Danke. Magst du dich doch mal rausbringen, Kater? Ich versuch's. Ich muss hier mal ein paar beenden. Ich mache einen ziemlich nervösen Eindruck hier. Ja, die laufen wie verrückt rum. Zweikampfsofa. Ja, Mensch. Der muss natürlich auch in der Competition mit drin sein. Ja, Wödern ist ja gut. Ach, du kannst leveln, Wödern. Mensch. Dann leveln wir die doch nochmal schnell. Dann kriegst du noch ein bisschen mehr Milli-Damage hier. Zack. So. Also, ihr kriegt natürlich sehr gerne einen eigenen Deino oder auch einen T-Rex oder was wir denn gerade so fangen. Müsst ihr einfach nur kurz Bescheid sagen unten in die Kommentare. Oh, und für einen T-Rex einen einständigen Namen haben. Ja. Das wäre super. Ich möchte den T-Rex nicht Zweikampfsofa nennen müssen. Ja, das wäre ein bisschen unpassend, das stimmt. So, noch ein paar Bären hier futtern nochmal schnell. Ich hätte hier was zu essen mitnehmen können. Naja. Egal. So, gucken wir mal. Achso, Kater kommt gleich raus. Ja, fehlt doch schon, wobei einer. Komm. Guck mal, war im Jagdgebiet einer riesengroßen Deilo-Horde nach den ganzen Leichen, die hier rumliegen. Ach, der frisst einen Deilo die Leiche. Das gibt es ja wohl nicht. Habe ich ihn getroffen. Ach, gleich mehrere Deilos. Ja, super. Ups. Ach, jetzt muss ich dich bloß noch fehlen. Greift an. Schauroman und Wödan haben eingetötet. Und Fail hat noch einen. Damit hat Fail schon zwei. Mensch, Fail ist halt auf einen guten Tritt. Und you failed. So, Stego. Komm, Stego. Stego, 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 Stego. Oh, Wödan wieder ganz vorne mit dabei. Der schreckt auch von nichts. Der Wödan. So, mal gucken, wer den Stego hier tötet. Am Ende. Äh, EMB, LP ist ein bisschen. Blackwings. Hm? EMB, LP. Ich weiß nicht, was mit der Erlös ist. Mit dem. Mit Erik. Oh, was weiß ich. Ich kenne sie nicht an den ersten Kumpel. Oh, Wödan hat noch einen. Mensch, ich glaube, Wödan ist auf einen guten Tritt. Na. Hallo, mich greift ein Deilo an. Tötet ihn. Na. Van Uri hat noch einen getötet. Sehr gut. Und Really Fail hat noch einen getötet. Alter Schäde. Damit sind ja schon drei, glaube ich, die Ferien, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ähm, musst du Stricherlisten finden. Ja. Das mag ich, dann schließt du mich. Ja. 2, 3. Äh. EMB, LP? Ist der schon wieder weg? Der hat vielleicht Angst. Ich weiß nicht. Na komm, greift ein Deilo an. Da fehlt ein Turbo nicht, würde ich sagen. Ah. Hängt immer hinterher. Und, wer macht es diesmal? Cicero Shows hat es diesmal gemacht. So, wen haben wir denn noch? Ach, da hinten kommt... Ah, da kommt der Kater und Co. Lass doch mal die Kadaver auffutter. Das sieht aus. Da vertraust du U-Tricken. Müsst du kurz freilassen, dann fressen sie ihn auf. Oh ja. Guck dann, wie der hinterher hängt. Stimmt. Warte. Oh, EMB, Erik, was ist denn los mit dir? Magst du nicht mit den anderen spielen? Nein. Kommt nicht in die Pushen. Der kommt echt nicht in die Pushen. Ist der vollgeladen? Gleich hat er Hunger. Hier, ein bisschen Fressen ins Inventar gepackt. So. Dann gehen wir noch mal auf die Jagd hier weiter. Die anderen haben einen kleinen Rückstand, aber... Was soll's? Wo haben wir denn? Da haben wir hier noch irgendwo Viecher? Da hinten läuft noch einer rum. Da läuft noch ein Teil rum. Ich räumte mal hier auf. Ja. Sammle mal ein bisschen Fleisch ein. Echt schlimm. So, greift an. Würde dann wieder ganz vorne mit dabei. Na, mal gucken, was diesmal macht. SPZ-HP, Smiley hat noch mal einen gekillt. Sehr schön. Mensch, jetzt Kinder, ey. Spannende Kämpfe hier. So, der Trike. Ach, nee, der ist Stego. Stego. Stego, greift mich an. Yeah. So. Auf ihn mit Gebrüll. Wer macht's diesmal? Blackwinged. Hat auch schon zwei, glaube ich. Ah, eine Schildkröte. Endlich mal eine kleine Herausforderung. Ja, spuck die Schildkröte an. Zweikampfsofa. Mensch, ey. Kaum dabei, schon mitten im Gefecht. So, fress das Viech mal auf da. Sehr gut. Hier ist noch ein Trike. Schnappt ihn euch. SPZ-HP. Das war die schon wieder. Mensch. Da müssen sie sich auch noch mal ein bisschen anstrengen. So, mal gucken, wer ihn Dailo hier nieder macht. C-Zero-Shows. Your Trike-Mate, Kati. Kata, du bist nicht dabei in der Competition, das weißt du, ne? Äh, ich hab aber dein EMB-LP schon da am Hintern hängen. Achso. Den hast du nämlich schon wieder verloren. Maaan. Das gibt's doch nicht, ey. Äh, hallo, Jungs. Ihr sollt den Trike angreifen, ne? Nicht mir folgen. Er hat keinen Tor. Scharuman. Sehr schön. Noch ein Kill. Ja, äh. Der kam gerade geflogen hier, der Trike. So, jetzt folgt er mir. Komisch, dass er kein... EMB, also Erik, du hast irgendwie kein Turbo. Dein Dailo. Ich weiß nicht, warum. So. Attacke. Na? Wer macht's diesmal? Ich glaub, wir müssen uns von Erik trennen. Äh. Ihr sollt die Schildkrieg in die machen. Dragstar. Hab noch einen gekillt. Sehr gut. So. Ach, hier ist noch ein Parasaurus. Das könnte man nicht mal spannend werden. Seid ihr alle da? Seid ihr bereit? Ja, los geht's. Blackwinged. Noch ein Kill. Ach, hier ist noch ein Stego. So. Und dann werden wir gleich wohl mal... Ey, ihr sollt den Stego-Plattmann. Können wir mal nach einem Brontosaurier suchen, so. Hat jemand einen in der Nähe? So. Bronto wäre nochmal eine Bombe. Ich muss ihn finden. Ja. Ich sammle der war noch mal ein bisschen... Beeren nochmal ein. Manchmal verirren die Brontos sich ja auch im Jagdgebiet. So. So. Na, hier ist noch ein Parasaurus. Den killen wir auch nochmal hier. Zack, Jungs. Los. Fanuri hat noch einen gekillt. Sehr gut. Na, EMB. Schaffst du's? Ich glaube, ich muss ihn echt nochmal schlagen, EMB. Idiot. Also den Dialo, EMB. Ist schon sehr unterhaltsam. Ja. Ja, der bewegt sich nicht. Die gucken auch alle in eine komische Richtung. Wo guckt die da alle hin? Die sollten mich angucken. Ich gucke schon wieder nur auf YouTube, ne? Ja, ist ja klar. Ach, Meli-DS ist... Meli-DS ist auch noch da. Oh. Ist der da gerade gespawnt oder wo kommt der? Krass. Ein Bronto. Die ultimative Herausforderung. Dialos, los. Wöder ein ganz vorn. Ja, kannst du mit Zoom schon die ganzen Dialos fliegen? Ja. Ja. Oh, 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 oh. Ich bin gespannt, wie viele Dialos sterben. Oder ob ich vielleicht sogar sterbe. Epox. 24. Mensch, ey. Hab den... Lass den wenigstens wegfressen, hier. Ja. Könnte das nicht alles trauen. Schalt, ups, fleisch. Fress den... Fressen die den jetzt? Oder fressen die den nicht? Ja. Er wurde gefressen. Sehr schön. So. Ja. Sehr schön. War sehr lustig. Wie gesagt, wenn ihr euren eigenen Dino in Ark haben wollt, schreibt euren Namen da unten in die Kommentare rein. Dann kriegt ihr einen eigenen Dino. Und dann gehen wir mit dem auch demnächst auf die Jagd. Und wir haben es jetzt bewusst nur mit Dialos gemacht, um die Gerechtigkeit so ein bisschen auf einer Ebene zu halten, weil die auch am einfachsten zu tamen sind. Entsprechend haben wir halt gesagt, wir nehmen jetzt erstmal nur Dialos, weil wir davon auch am meisten haben. Ähm, und, ja. Aber wenn ihr einen Dino-Paten haben wollt, oder eine Dino-Patenschaft annehmen wollt, schreibt es unten in die Kosten rein. Genau, es kostet nichts. Es kostet nichts, wollte ich sagen. Schreibt es unten in die Kommentare rein. So rum. Und dann kriegt ihr euren eigenen Dino-Paten, mit dem wir dann in Zukunft auf Jagd gehen. Mal gucken, wenn ihr die Schickröde fertig macht. Tizero-Shows. Ich glaube, der war ganz gut dabei. So, wir machen jetzt mal die Auswertung und dann gibt es das Gesamtergebnis. Tschüss, Kata, tschüss, Shotec. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, die Auswertung ist durch. Und es gibt einen Gewinner. Allerdings war die Competition nicht ganz fair, weil wir haben einen vergessen. Der steht nämlich bei uns in der Küche. Den muss ich mal eben kurz mal gucken, wo der ist. Ähm, ihr habt es natürlich, wenn ihr das Video jetzt weiterverfolgt habt, habt ihr es natürlich gesehen. Herzlichen Glückwunsch an Cicero-Shows. Der hat mit vier Kills diese Dino-Jagd hier gewonnen. Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. So, und jetzt gucken wir mal, wo Bezos steckt. Der Jute. Der steht nämlich anscheinend in der Küche, laut Kata. Vielleicht hat der ein bisschen Hunger gehabt. So, kommt rein, ihr lieben YouTuber. Die dürfen gleich wieder alle ins Gehege rein. Ja, nächstes Mal gibt es natürlich noch mehr Action. Ich hoffe, wir finden noch ein paar Dylos, die wir mitnehmen können. Da, ich sehe es gerade. Bezos. Hier gucken wir uns das mal an. Erstmal packe ich jetzt die Dylos mal kurz wieder in ihr Gehege rein. Die Fütterung habt ihr ja auch schon. Oder die, ne, die Fütterung der Dylos aus der Luft. Gut, die werdet ihr auch bald noch sehen. Das folgt dann in Kürze. Wir haben nämlich eine super Methode gefunden, wie die Dylos aus der Luft füttern können. Dazu dann mehr in Kürze. So, kommt rein hier. Kommt rein. Kommt rein. Kommst du rein, kannst du rausgucken. So, Zweikampf-Sofa ist auch schon drin. Sehr schön. Charuman ist auch drin. So, hier bleibt ihr alle stehen. Sehr gut. So, wen haben wir vergessen? Dragster. Wollte nicht mit ins Gehege zurück. Noch jemanden vergessen? Ne, ich glaube, dann haben wir alle. So, komm rein hier, Dragster. Los. Husch, husch. Ab ins Gehege. So, jetzt gucken wir mal, wo Bezos geblieben ist. So. Schauen wir mal. In der Küche steht Bezos. Ich frage mich, wie er hier reinkommen ist. Na, Bezos, was hast du hier gemacht? Kommst du noch mit? Du siehst hier erschlagen, hier. Komm her. Der will nicht mitkommen. Ja, schade, Bezos. Du hängst leider im Feuer fest. You light my fire. Und hat auch noch auf den Boden geschissen. Toll. Ja, Bezos, das kommt noch, wo man berühmt wird. Der kann man einfach mal auf den Boden scheißen. So, sehr schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, Florian, Shotec und Kata. Bis zum nächsten Mal.